Hey Leute, den hab ich gezei- Herzlich willkommen zum Euro-Report. Jetzt geht's wirklich los, glaube ich. Okay Leute, herzlich willkommen zum Euro-Report Stafel 2, Folge 11. Römisch 2. Es ist das Viertelfinale und wir haben jede Menge spannende Spiele. Aber das Wichtigste zuerst und das ist nämlich Real Madrid gegen Liverpool. Ihr wisst ja, Liverpool ist in der Liga nur Sechster oder Siebter, weiß ich gar nicht genau. Das heißt aber, die Champions-Kwalifikation ist in weiter Ferne. Wenn sie nicht gewinnt, verliert Klopp eventuell seine ganzen Werbeverträge. Was machen wir denn da? Und wir wissen ja, Klopp ist ein Riesenfan von Werbung. Klopp hat so viele Werbeverträge, der nimmt im Grunde alles an und das läuft ungefähr so ab. Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Haha! Ja, hallo, Herr Klopp, ich bin von irgendeiner Firma und ich möchte... Ich mach's! Gut, ist wichtig für Klopps Werbeverträge. Das geht uns alle an, weil wir doch alle Deutsche sind. Ja, Leute, das langweiligste Spiel ist in der Europa League. Aber obwohl es auch das Viertelfinale ist, ist es trotzdem nicht so spannend, denn das ist Arsenal gegen Slavia Prag. Und ganz ehrlich, wem mach ich was vor? Die Arsenal-Spieler sind einfach heiß drauf. Wir haben verloren, die wir mal pro der Füße zeigen. Dafür sind die Fische aber damals bei der Evolution nicht aus dem Wasser gekommen. Kacke. Was für Fische? Die Fische bei der Evolution! Das wird Charles Darwin nicht gelesen, oder was? Das beste Spiel beginnt mit einer Alarm-Meldung. Alarm! Es sind die Bayern gegen Paris und Lewandowskis Knie ist kaputt. Die Doktor-Best-Forschung zeigt den Oberschenkelknochen, hier sehen wir den Unterschenkelknochen, hier sehen wir das Kniegelenk, Außenband, Innenband, Kreuzband, Kreuzband. Das ist kaputt. Und jetzt müssen die Bayern zeigen, ob sie trotz des Ausfalls mit Lewandowski auch Paris schlagen können. Das haben sie ja schon gegen Leipzig gemacht, da hat Schubo-Mutin gespielt, hat aber nicht viel gerissen. Paris ist eine andere Hausnummer. Bayern Paris. Lewy's Knie. Das lustigste Spiel ist Borussia Dortmund gegen Manchester City. Die Liste der Probleme ist so lang, Haarlands, Faderwey in Barcelona, Meunier ist schlecht, der Trainer ist eine lahme Ente. Ich habe die Liste mitgemacht, das ist die Liste aller Probleme von Borussia Dortmund. Also waagerecht. Äh, ja. Gut. Folge 2, Staffel Römisch 2. Ja, liebe Leute, das war's vom Euro-Report. Gut. Staffel 2, Folge Römisch 2, 11. Andersrum. Sagt man auch in Mitteleuropa. Ereignis. 11. Das wird sicherlich ein Riesen... Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund. Und, ähm... Ladet euch Rage Shadow Legends runter. Ha, 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 ha. Nicht? Tschüss. Toh- Ho, ho, ho. Ho, ho. Hå. fun. Hå. Hå. i Uh. Hå. Hå.